So liebe Leute, wieder mal ein Video, das wir machen wollten für euch, wo ich aber nicht da war für eine Anmoderation. Audi R8 V10 Plus kriegt eine Capristo-Abgasanlage von uns. Kurzes, knappes, straffes Video. Einbauporn, Soundcheck, klangmäßig Taco. Ich hoffe, es gefällt euch. Anmoderation gibt es, glaube ich, auch keine Bang. Also wir haben momentan echt die Dinge raus. Zugabenlacken teilen, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.